miktaria sie suchen marco reuss ist erfolgreich und den treffer schauen wir uns da wird er gestört roberto firmino macht ja er macht ihn was ist das für eine starke leistung in dieser ea schild begegnung da ist das sieht kann man ja gemacht und jetzt legen sie zurück dabei sollte doch heute super einsatz vom torhüter gute gelegenheit jetzt mit der ecke könnten sie noch ein tor nachlegen die go costa jetzt firmino und nun ein schuss der ist drehen es steht unentschieden herrmann er ist drin und jetzt führt sie miktaria sie suchen marco reuss so